halli hallo liebe leute willkommen zurück im ls 22 auf der natürlichen marsch 131 ohne gräben vierfach das vergessen ohne blätter demnächst den zember und ja ich war bis sie es jetzt 470.000 euro haben wir auf dem konto obwohl ich paar sache gekauft habe also megamäßig aufträge gemacht jetzt in der letzten nacht düngen flügen grubbern ja so in dem in der in der richtung zwei dreimal erdbeeren tomaten verkauft ich weiß hätte man vielleicht auch online machen können ja aber ihr wisst wie es ist ich spiele nachts nicht gerne nicht dass ihr nicht so viel ist sondern ich mag es auch nicht wenn ich nichts sehe und ganz ehrlich im real life schafft ja nachts auch selten jemanden also in der landwirtschaft nur wenn es anders geht so wir haben noch keinen schnee wird wohl hoffentlich bald kommen also dezember und heißluftballon ich würde mir jetzt irgendwie der bobo abfrieren der obel so statt mir mal was gegönnt so glück spielzeug warum der ist schildert i don't know konzert verändern aber rs6 da muss ja ja da muss ja das den teuren sprit verblasen irgendwo muss ja ein grund haben warum ich für 200 euro tank so dann habe ich da diese platzierbaren parking spaces also parkplätze hingemacht es sind vier an der zahl gibt es auch als sechser und zweier glaube ich keine ahnung und noch mehr gibt es auch länger für gespanne aber das hat genau hierhin gepasst war exakt so breit wie los halos und habe mir dann noch gedacht kommt dass er voll wird hosen und sprinter auch autoload da kann man also hier mit dem ducato sei es mal zum beispiel traubesaft und rosine wegfahren gleichzeitig mit dem hier tomate salat oder sonst was der handlänge auch gestellt obwohl der autoload hat ich suche immer noch was ich auch noch suche man laufen gerade mal moment wo steht der in in this in this direction so ne also was hier auch da haben wir ist wasser einmal aufgefüllt hält schon 100 jahr allerdings muss man dazu sagen die produktion ist auch sehr träge das ist generell glaube ich im 22 problem dass die sache nicht so schnell produziert werden ob das jetzt traube sind olive sind oder sonst was wobei ich sag was in dem große gewächshaus hier da ist also erdbeeren und sowas relativ schnell relativ schnell so und habe hier den lindner 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 ne unidrack habe ich verkauft weil der was war der grund moment lassen wir überlegen ich glaube man konnte nicht kippen oder sowas ja also ich suche einen kleinen vielleicht 7,5 tonnen lkw als kippe das hier ist einfach ein ja ich würde sagen osteuropäisches modell wo der modder den stern und sowas drauf gepackt hat weil ein aktros davon ist das teil weit entfernt hat auch ein fixes nummer zeichen also ich weiß nicht dachte das wäre eine schöne kippe coole sache er kippt aber nicht man kann zwar abladen das heißt ich kann hinten die bordwand aufmachen und kann sagen entladen aber die rutschen einfach nur runter also der kippt nicht hoch das gefällt mir halt nicht und ich brauche ja was kompaktes für hier zum beispiel anlieferungen oder für ja auch vielleicht mal bei den tieren irgendwas zu fahren wo man jetzt so riesen schlepper braucht ja ich kann ja nicht 2000 der gras zu den schafen fahren mit einem 40 kubikmeter anhänger mit dem lkw das macht man einfach nicht genau hier die sind mehr als voll mit mischration die kühe die habe echt alles man sieht es ohne überall oben haben mittlerweile schon 7,5 schatzel der milch aber der verkaufen irgendwann so apropos verkaufen ich muss jetzt gerade mal schauen wir haben dezember war da nicht irgendeine irgendwas was man hätte was man verkaufen könnt verkaufen im dezember mit gutem preis gerste na sie ist es verkaufen die gerste wir haben auf jeden fall die schafe quatsch die hühner sind versorgt die gerste könnte jetzt um die 1085 und wo sind wir also gerste wird jetzt verhökert das könnte annehmen soja bono sind aber erst im juni glaube ich genau da warten wir noch ein bisserl kartoffeln 626 was haben wir jetzt sogar noch mehr können wir jetzt auch verkaufen eine ladung kartoffeln habe ich schon ins futtermisch silo gekippt falls wir mal schweine haben so milch hier steht maximal 22 und wir kriegen aber hier drei da müssen wir sofort milch hinfahren wo ist mein lkw moment das bringen jetzt gleich mal durch ich habe übrigens wieder der headtracker die headtracking werden das eben auch gleich was hier passiert ist die headtracking mütze wieder mal angezogen hier ist er und ob es geht momentan nicht warum denn ich habe headtracking aktiviert ich hatte headtracking aktiviert verklumpte kacke aber da können wir auch die ausansicht fahren ich habe ich habe die mütze an ob mein headtracking adapter funktioniert auch der hat mich auch im dingens da eine einstelle ich habe doch in der option headtracking habe ich doch mal kurz das hatte ich doch aktiviert wie geht das noch mal ja schon etwas länger her wo war das jetzt ich weiß nicht mal hier was ich hier was ändern hätten müsse man kann auch so spiele das muss man ja noch mal richtig ist schon länger her dass ich die die mütze mal an hatte zum zum spielen habe auch im startmenü und der option headtracking ja egal dann ist es halt eben so dann kann ich es nicht ändern müssen wir doch so spielen vielleicht nächstes mal dann so auf jeden fall jetzt die milch so schnell ein bisschen die königkeit reduzieren dass es nicht wieder um springt das gibt richtig geld so mach voll die hütte kollege so und dann fährt der verkaufsstellen war der molkerei auch dabei müsste eigentlich ja genau molkerei milch und tschüss so das kann der schon mal machen sehr schön den müssen wir weiter laufen lassen das unser feld 3 da habe ich das gruppe schon begonnen und was ich sehe soweit können wir hier auch wieder genau steine drüber schicke aber da will ich jetzt mal schauen beim händler was mit dem also das ist unser sprinter den auch gemütet ja dann habe ich gemütet silageladen hier wurde mich fabrik muss braucht silage und ja aber bisher aber schon ein hänger verkauft glaube ich also deswegen uns geht es relativ gut ich habe schon einiges an kredit zurückgeballert ich hatte mal eine million mehr schulden jetzt haben wir ganz abgetragen könnt jetzt tatsächlich unter die vier millionen gehen aber ich will erst noch mal kugel und zwar habe ich bock den haben wir auch gekauft einen forst anhänger forst sattelanzug maschine whatever coole sache aber zum forst kommen wir gleich der ist nicht auch gekauft die es ist also ich habe gut geld wieder rausgeworfen wenn er so will den brauche ich gar nicht aber haben ist besser als brauchen den möchte ich ganz zurückgeben der war aber auch nur geliehen geld genau der war nur gemietet der ist wie gesagt ganz nett aber er ja er kippt nicht zurückgeben und tschüss und dann will ich jetzt mal schauen jetzt etwas neues in anführungszeichen runter geladen und zwar das hier dass wir uns das mit dem kaufen zur not kann man hier auch irgendwann mal dann salzstreuer dran hängen und ein schiebeschild falls wir doch noch schnee kriegen sollten so konfiguration ich weiß nicht ob der fehler hat oder sonst was keine ahnung auf jeden fall hat er mir gefallen und ich möchte ja tatsächlich etwas kompaktes so wir kriegen geld kommen was mit geld kriegen momentan da oben baby hat mal abwarten was es gibt und steht es da wo ja gut dreimal 30 ja doch 30 stadt nicht was geht ein 20 oder sowas müssen 60.000 euro das ist ja mehr lecker fanny wo kommt das geld her das ist ja in den heutigen zeiten ist das ja absolut einzigartig dass man geld kriegt normalerweise wird mehr geld los ist angekommen ich habe es gehört so 400 basis also das ist aber nichts ich hätte gern so ein dingens achten muss ich extra kaufen logisch dann brauchen wir die basis denke ich aber wenn es rausfinden der hydraulische oberlenker hängt ein bisserl auf halb acht und schwelle drunter wir haben hin da auch k 80 zapfwelle normal zug maul haben glaube ich so wie es aussieht auch drei punkte von aber auch der ist schon gut unimog kennen müssen wir ja alle diesen universal motorgerät deswegen heißt das so reifen standard wo was dann noch gibt es sind die straßen hier bei bleibe sieht ganz gut aus anbauten grundmodell das haben wir da also das sind jetzt die warenstreife drauf schaufel fochke ach da hinten ist okay das kann man drauf los sieht ganz schön aus was gibt es noch rule bar kann man auch alle optionen gleichzeitig wählen ich will schon die die ruhlbar ruhlbar 3 ne ich will den bar die bar möchte ich und zwar will ich die ruhlbar genau mit schaufel und folge so dann haben wir frontlade anbau brauche ich nicht nee brauchen wir nicht das sieht auch kürzer aus dann haben wir 177 ps 238 ps 500 ja gut doch den gibt es ja gar nicht 500 ps aber der kostet dann gleich richtig dann würde ich erstmal sagen behalten wir mal die 177 ps dann gps ist immer ganz okay dann würde ich hier sagen gehen wir in die selbe lackier richtung die wir bei den traktoren auch haben so genau kennzeichen u400 steht die mal fest oder das steht fest so so vorne und hinten alles gut so 16.000 natürlich kaufen wir den so kann ich mit der verkauf ist ja und jetzt hole ich mir das ding noch so 4000 liter 8000 liter 12.000 liter sieht kacke aus dann bitte 8000 abdeckung ja dann machen wir auch wieder jet black das gibt es hier gar nicht dann machen wir so weil das gelbe kann ich nicht ändern so wie es ausschaut das bleibt gelb alle so das wäre doch mal nicht schlecht ich hoffe hier ist die traurig schleich am schluss dass der auch kippt aber hier ist auch ein zylinder und heraus guck das ist ein kipper das wäre doch was was mir was ich gesucht habe und eventuell gefunden habe in dem moment so irgendwo steht jetzt mindestens ein lkw der wieder mit schladen sollte jene so dann fährst du jetzt bitte mal und wenn wir alles mal du fährst jetzt aufladen aufladen und abkippen du fest aufladen bei den kühen milch tanken dann holst du dann fährst du zum verkauf molkerei milch und das ganze ist dann auch milch bitteschön gibt noch eine ladung würde ich behaupte so du bist fertig wunderbar dann können wir den auch heim schicken und dann hier vielleicht beim unimog schon steine sammeln lassen oder mit wem auch immer so der darf jetzt erst mal zum hoffahren und gesäubert werden und getankt werden so nein 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 es so hört sich an wie ein lkw passt so bieken aber schön gemacht licht da unten drin ich dachte mir schon bei du bist aber hell am leuchten du ja das ist doch schon mal schick hat der lkw ist flott du mein lieber freund der hat eilig so jetzt kann man ja kann man ja unterricht praktisch da drunter fahren und begann so stützen rein kürzer teststeuerung i love it ich liebe es bingo so ich habe meinen kompakten kleinen kipper für den hof das ist doch nicht schlecht das bin ich mal gespannt was mir so mit dem ding so alles noch so angestellt kriegen beschleunigung etwas zaghaft gut man muss ja wissen wir haben die grundmoderisierung die schwächste was aber egal wo es ist wusste egal praktisch so dass das headtracking jetzt läuft ja ja ich muss schnell mal gucken muss ich später mal schauen so lädt er milch auf hat er milch geladen und der leder gleich milch der wo sind man es kann ja er fällt jetzt 5 km h er lädt milch auf sehr schön läuft das ist doch schön jetzt für der einmal verkaufen können wir noch mal kohle ist einfach wunderbar wunderbar ja und den kleinen kippe habe ich halt gewollt oder gebraucht für gras zu den schafen zu fahren für getreide zu den hühnen ja dass man wie gesagt dann immer mit dem sattelschlepper oder mit dem keine ahnung 500 ps traktor hier klappt auch befüllung starten mit dem anderen konnte ich nicht drunter erfahren das war ganz komisch so hoi das kann man jetzt mal jux mäßig zur futter mischanlage fahren der andere oder kummer das ist doch das macht spaß oder wenn da was los ist die jungs unterwegs sind und auch dementsprechend kohle reinkommt gleich ich glaube der unimog das war das war kein fehlkauf leute das war kein fehlkauf wenn der jetzt noch hier mit unserem stein sammler zurecht kommt ist alles cool da könnte man auch rein theoretisch also wenn der mal irgendwann voll wäre der stein sammler könnte man auch hier dann die steine zwischenlagen auf dem feld und dann weiter sammeln dass wir auch in ordnung so und abkippen darf ich ich darf und geht auf und er kippt na ist das was das ist was das ist doch was so fangen wir zum stein sammler der fendt ist angekommen zum waschen das ist okay aber damit auch ein bisschen luft und zahlen ich habe übrigens die die das mitgericht das mineral fuhr der silo ein bisschen die ecke versetzt weil ich gedacht habe der abfahrer bzw der lieferant kann dann nicht direkt unterscheiden will ich jetzt generalfutter laden oder abkippen oder will ich das irgendwo keine ahnung nebendran in der fabrik abladen deswegen so kann man das hier anschließen ist ja keine zapfwelle notwendig ist sehr hydraulisch der hatte die unimog dann kann man ja testen mal unimog das geht schon so die schleuchten angeschlossen müsste funktionieren so unsere milch ist auch verkauft wir haben mit der 120.000 euro mehr auf dem konto als gerade eben da kommt freude auf durch das euch da kommt freude auf also es macht dann schon sinn wenn man wartet bis die preise durch die decke gehen weil wir haben jetzt unimog gekauft der war nicht günstig haben trotzdem wieder das gleiche geld wie anfangs der folge und das ist doch schön so und jetzt wird wahrscheinlich der lkw sagen ihr die milch ist alle das weiß ich ganz aufhören so der stand benötigt 120 ps der unimog 177 also das dürfte schon mal nicht das problem sein so ich sehe mal was anderes habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen macht aber nichts so erster punkt kein kurs fällt drei fällt drei stähne so das ist schon umrundet fünf meter so viel machen aber mal fünf 25 30 manchmal 40 meter 40 meter insgesamt vorgewände dann würde ich hier auf scharf gehen und dann nehmen wir machen weich weil überall liegen jetzt auch nicht gerade die steinchen rum generieren wir bitte fällt drei mit fünf meter gut so fällt drei hatte ich noch nichts gut kurz speichern fällt drei steine fünf meter boink zoink so first point rock'n'roll have fun my friend ich bin mal gespannt ob der das auf die rei kriegt so der ist da der ist da der bleibt ihr eingemoddet über den winter er steht hier wir können jetzt kann man muss gerade meine skania deaktivieren sonst werde jetzt irgendwie dumm durch die ok wer hat gemerkt es ist leer den entlassen wir jetzt nicht dass die jetzt einfach wegen 2000 liter um die eck fährt so der steht hier aber gut der auch machen wir auch schnell sauber dann springen wir immer in den wald nochmal schnell also es wird wohl früher oder später so sein dass ich mit allen maschinen und fahrzeugen die ich habe mal zum hinterher fahrt und lasst ihn mal komplett durch lackieren aber dazu ihr wisst ja was das ist braucht man richtig kohle es sei denn man will es anschließend verkaufen dann macht das sinn aber jetzt so einfach so ist das schon einfach nur ein spaß so mal den ballon mitzauber gemacht da oben so der sprühnebel ist auch schön gemacht ne echt klasse so ja ich weiß ich weiß es doch ich weiß es doch so jetzt habe ich auch glaube ich auf modhub nochmal so ein fan package da runtergeladen dann wo aber auch die das cargo pack auch dabei ist von wege frontlader und konsorten wir haben natürlich keinen fan mit frontlader das macht unser mf aber man kann ja schon mal vorgesehen vorsorge man weiß nicht wie es weitergeht so boing zack so und der darf parken fahren der darf parken fahren stellplätze das war für der 8 r da fährst du jetzt hin so weiter ähm nein ich wollte in den wald so hier sind wir also wir haben ja das riesengelände damals gekauft haben ja das mähewerk mähewerk nein sägewerk hingepflanzt ähm ich habe jetzt hier mit dieser ein paar bäume umgemacht entastet ähm ja nicht auch genau auf maß sondern einfach nach gefühl geschnitte mit meinem mf frontlader wo ist er wo ist er wo ist er da vorne mit dem dings dann hier hin verbracht ähm klar geht auch autoload wenn ich mit dem lkw durch den wald fahr aber ich würde es halt so machen davon liegt ja auch noch ein stapel stammholz und habe hier aber die werde ich wieder hergeben hier kann man dann wer es nicht kennt ich mach mal grad platz also der mf ist sehr leise muss ich ehrlich sagen entweder ist der im real life auch so leise oder der ist halt hier als mod ein bisserl zu leise gemacht worden oder ja was heißt zu leise die andere sind vielleicht auch zu laut das weiß ich nicht so und dann die läuft halt auch ohne traktor die hängt nur dran weil hier ist ein motörchen da kann man einsteigen so jetzt muss ich selbst nochmal schauen ich habe hier ein stamm neben dran gelegt ja und dann kann man jetzt einschalten die maschine läuft ein bisschen dann steht hier neben brennholzverarbeiter baumstamm suchen und laden mit o jetzt wird der stamm aufgeladen dann kann man mit ich weiß nicht y was glaube ich der stamm vorschiebe genau bis hier weiter geht nicht dann mit b des kürzen und mit v des holzspalten so mit der y b b v y b v wer hat es verstanden nur das ist eine schöne animation aber ich kann es nicht explizit irgendwie nutzen also ich habe jetzt noch nichts gefunden wo ich gehacktes 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 einzelne oder das gesondert verkaufen kann das ist halt das problem was ich habe ansonsten ist es eine schöne sache also mir gefällt das wie das animiert ist wie es funktioniert natürlich macht man dann auch dementsprechend entladeband an mit u und wenn das ganze gedönse wenn es denn auf dem band bleibt manches fällt auch wie eben gerade runter damit es davon abgibt man kann dann ein hänger drunter stelle und was ich dann gemacht habe ich habe den unimog drunter gestellt und habe das gespaltete wunderbare sehr schöne brennholz da vorne in den tümpel geschmissen für die holz für die palettenproduktion weil es halt jetzt nicht ich brauche dann mutter zu oder ich habe es nicht gesehen es wäre halt cool wenn man irgendwo reines brennholz dann noch verkaufen könnte beim baumarkt zum beispiel weil also ich wüsste es nicht keine ahnung geht das brennholz oder das müsste dann ganz unten dazugekommen sein die haben ja nur melone ja melone das gewächshaus brauche ich auch noch hier die sache die drei kommen ja aus dem sägewerk dann haben wir hier kies erde ähm weiß nicht wo ich erde hier kriege keine ahnung wird wahrscheinlich auch noch kommen steine die haben wir auch momentan nicht also hier ist nichts mit hier ist noch möbel und bretter klar aber jetzt rein brennholz habe ich keins gesehen ne ist auch nichts dabei wenn man also irgendwann einmal die mächtigkeit hat ne und das brennholz extra verkauft dann werde ich mir so ein teil wiederholen also ich finde es klasse gemacht von lizard keine ahnung ähm auf jeden fall ist es ein bisschen ja so animiert dass man denken könnte das ist echt so ne vielleicht ist es auch echt so keine ahnung und die ja das sieht auch richtig gut aus also die das gespaltene holz ist auch macht das back nicht dumm rum man kann jedes einzelne nehmen wunderbar also das ist eine schöne sache aber ähm es ist mir persönlich jetzt ein bisschen für unsere arbeiten hier zu umständlich weil ich kann ja auch direkt den baumstamm in den tümpel schmeißen für das sägewerk da muss ich nicht erst spalten und klein schneiden das ist nämlich viel arbeit aber wie gesagt vielleicht kommt dann noch irgendwas oder gibt es auch schon könnt ihr in die kommentare reinschreiben ob wer irgendwas hat oder braucht oder ja platzieren kann wo man nur brennholz verkauft so dann kommt das weg ist es gekauft oder gemietet ich glaube es ist gemietet es ist gemietet tatsächlich so auswählen oh mein audi ist auch gemietet sehe ich gerade ja abdrücke angeben und nichts drauf habe genau genau der audi ist auch gemietet ne 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 Geschäftsleasing ne Geschäftsleasing Leute so äh sehe ich irgendwo Steine der Unimog fährt nicht dann würde ich sagen schicke ich den mal zum Feld 3 eventuell muss der den ablösen ich weiß nicht warum der Unimog nicht fährt so ja wie gesagt dann haben wir das hier so gemacht ne und fahr dann mit dem Frontlader mit der wie heißt das Ding nochmal Poltergabel oder Zange fahre ich die Stämme hier an den Rand und dann kann man mit dem LKW das abholen ähm mir hat die Zugmaschine halt deswegen gefallen weil sie halt so ein bisschen ja rustikaler hier Riffelblech ne Verladekran mit verbaut der auch funktioniert aber ähm den werde ich ähm ja ich glaube nicht nütze weil das ist mir da äh ne da brauche ich eine ganze Folge um eine halbe oder vielleicht sogar auch 2-3 Stämme nur aufzuladen und wer mich kennt weiß dann genau ich lass es dann lieber bleiben und drück dann lieber die R Tast und lass mir die Stämme drauf werfen stehen hier drauf ahja ne also ne schicke Style schicke Style so ähm genau und dann habe ich hier meinen 939 stehen mit unserem Forstmulcher um solche Sachen hier zu beseitigen weil wir müssen ja früher oder später wieder aufforsten ähm und da kann man gerade mal ein bisschen weiterfahren würde ich behaupten ne also alles was kleines Holz ist das ist mir zu viel Arbeit wie jetzt da vorne die Bäume die werden alle ähm ja schwupp schwuppdiwuppst gell die werden gerade umgemulcht und ready ist es und das ist so der ja der Abstand der Rand zum Weg ich möchte den Weg nicht unbedingt kaputt mulchen oder kaputt fräsen deswegen fahre ich hier erstmal so ein so ein rund ein aber warum macht der Unimog nix das ist das das ist ein schnickes so warum das der Weile keine zapfwelle hat er fährt ja auch nicht ne er fährt auch nicht dann gleich mal nochmal hinspringe so wir fräsen gerade irgendwas aber ich weiß nicht was so jetzt weiß ich es so die Bäume gehen einfacher platt mache hier wenn man denn richtig ran gefahren ist heißt es ja und dann müssen wir wieder auf forstern das heißt früher oder später eher später oder früher brauchst du eine baum pflanz setzding ins maschine da ne ist ja klar so siehst du mal so läuft die geschicht hier so damit zusammen haben wir gerade das dreieck also jetzt nicht gleich aber das dreieck machen wir jetzt erstmal platt was hier steht verarbeiten wir noch dann tun wir auch noch das ganze Eck hier zusammen komplett forst mulchen und dann fangen wir an auf zu forsten ich glaube ich weiß nicht muss mal gucken es gibt glaube ich nur ein oder zwei Monate in denen man keine Bäume setzen kann müssen wir nochmal gucken aber this is my plan Leute this is my plan oh 2011 ist angekommen sehr schön da springen wir jetzt gleich mal hin und da machen wir das nächste mal vielleicht wenn ich dran denke ein bisschen mehr in the woods ne in the schnigelwoods ist jetzt nichts aber das wort in the in the woods in the james woods mal gespannt wie das gedönt sich ankommt ich habe tatsächlich gestern mal von ein familientablet genutzt der nicht bei youtube oder google registriert ist habt ihr mal youtube geöffnet habt mal den rahes player suchen lassen und habe dann ein video gestartet tatsächlich war davor meine video werbung irgendwie ist das ein komisches gefühl mein vereinsein denkst du oh gut funktioniert alles gut trotzdem denkst du irgendwie ist komisch dass jetzt so vor dem was ich da erstellt habe die werbung geschaltet wird natürlich ja wer sich ein bisschen auskennt mit den aufrufen und abonnenten die wir haben oder die ich hier habe da kriegst du erstmal gar nichts da wird zwar werbung geschaltet das bringt dem unternehmen das die werbung hier reingestellt hat bringt das eventuell was aber mir nicht ja jetzt fängt er wieder an rum zu kurz könnt ihr euch das vorstellen ja jetzt haben wir 33 minuten gespielt 34 minuten aufgenommen warum aus welchem grund läuft das ding eine halbe stunde komplett sauber und fängt jetzt wieder an rum zu spucken ja keine ahnung mein gut vielleicht hat er gehört das ist sowieso ja das langsam beenden möchte ich will jetzt nur mal schauen warum der unimog nicht fährt ey das ist kein problem ich kann auch den unseren case dran hänge oder den fendt kein ding ist der schon mal gefahren ne und der konnte einfach nicht irgendwie keine ahnung den ersten punkt finden aber da wäre ja doof aufgeklappt hat er sich ja so probieren wir es nochmal ist ja schön dass er es nicht macht aber ich würde halt gerne wissen warum nicht ne vielleicht ist dann doch das problem äh oh vielleicht der richtige knopfdruck ist wenn ich sammelt er auch steine komm zeig mir wenigstens einen liter fünf liter sehr schön also anscheinend läuft es jetzt doch ich könnte mir vorstellen da wurde das scharf um die ecke fahren ist dann hier mit seinen ja armen armen hier an die räder gekommen und ist dann irgendwie oder hat sich selbst blockiert jetzt oh was jetzt hey was machst du ok also wenn unimog ist es nicht ganz so prickelnd das heißt für mich fahrzeugwechsel ja vielleicht ist der unimog dann doch dann doch nicht dafür gemacht dass man da Feldarbeit großartig mit dem durchführt er dann abwarten mit winter kommt mit schiebeschild und mit mit salz streue dann so geht es mit unser fendt wie viel ps hat unser fendt hier der kleine normaler 110 aber ich glaube die neue schleppe haben ja dieses schnellstens einfach mal over boost mit 124 ps ich probiere es ansonsten hängen wir halt in der nächsten folge hinter dem maximum dran wir haben ja genug auswahl so wenn man noch schauen ja nicht erst einmal keinen kurs ja speicher ab natürlich fällt drei steine wieso kann ich nicht laden job erstellen danke nee cp so wieso springt der jetzt von hä achso das war wahrscheinlich wieder so ein kleiner hänger vom programm kann ja alles sein oh man öffne und schließe gedönse wieso bist du minus 6 minus 4,6 habt ihr einen sprit äh tschuss so und ich kann hier nicht laden also ihm das kackt momentan tierisch ab ich kann hier keinen kurs laden oder sonst was mache ja das ist ja wieso ist der unimog noch äh hinterlegt ich hab doch hier defend das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht mache ich hier minus 3 habt ihr spritz so äh hier nochmal 6 ich mach nochmal einen neuen kurs äh machst erst vorgewendet weich generieren nochmal so ich kann hier nicht speichern hier oben steht mir noch der unimog drin äh 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 nerf it nerfst it nerfst so vielleicht muss ich äh äh hier mal den kurs rauswerfen geht nicht es ist weg es ist einfach nur ja es geht nicht es geht nicht ich weiß nicht an was es liegt Leute ja vielleicht auch weil der pc wieder spinnt ich würde sagen ne beende das ganze bevor ich den pc aus dem fenster schmeiß und ähm falls ich den ganz lass dann sehen wir uns morgen was denn morgen morgen ist freitag sehen wir uns morgen wieder in all der früche hoffentlich und mit dem gelösten problem und äh ja bedanke mich ganz herzlich bei euch dass ich dass ihr wieder dabei wart ja wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen das wäre sehr lieb und äh jo ansonsten schönen Tag an euch und für euch und bis zum nächsten mal macht es gut tschüssi 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 tschüssi